Einen wunderschönen guten Tag, liebe Eisbärenfans, herzlich willkommen zur allerletzten Auslosung unserer 30 fast unbezahlbaren Preise und der Glücksbringer für die letzten beiden Ziehungen, für die Hauptpreise, der ist kein geringerer als unser Papa-Eisbär Hartmut Nickel. Guten Tag. Hallo. Hartmut, als allererstes, bevor wir hier deine Glücksbringereigenschaften überprüfen, möchte ich dich fragen, wie geht es dir? Ja, ich freue mich, dass es mir viel, viel besser geht wie vor einigen Wochen und die Medizin hat gute Arbeit geleistet und ich hoffe, dass der Aufwärtstrend anhält und dass ich in der neuen Saison viele Spiele erleben darf. Hoffentlich hast du auch, wie gesagt, viel Glück an deinen Fingern heute, denn wir wollen heute die zwei Hauptpreise ziehen. Ich habe es gerade schon erwähnt und zwar der erste Preis, den wir ziehen wollen, ist es, dass man einmal dabei ist bei einer Auswärtsfahrt mit den Eisbären Berlin, vielleicht Flieger, vielleicht auch mit dem Zug, vielleicht auch nur mit dem Bus, das werden wir dann alles sehen. Das kommt dann je nachdem drauf an und man kann natürlich dann auch in dem VIP-Bereich des jeweiligen Auswärtsstadions das Spiel verfolgen. Also ein guter Preis, oder Hartmut? Ja, ich würde sagen, sehr gut und sehr interessant mit einem riesen Fragezeichen, was kommt alles auf mich zu? Also das ist schon ein wirklich sehr guter Preis und wer das denn heute nachher gewinnt, den kann ich heute schon nur sagen, gute Sache gewesen. Hartmut, dann misch doch mal ordentlich durch und wir haben uns ja vorhin schon mal drüber unterhalten, der Sieg bei so einem Auswärtsspiel, der wäre natürlich noch das i-Tüpfelchen, oder? Ja, also das wäre natürlich, dann passt natürlich alles und man kann natürlich dann mit geschwollener Brust durch Berlin gehen und sagen, ich war dabei und habe drei Punkte geholt. Und es hat gewonnen Julia Fechner. Julia, herzlichen Glückwunsch, du bist im nächsten Jahr, in der nächsten Saison bei einem Auswärtsspiel der Eisbären Berlin mit von der Partie. Wir freuen uns auf dich und hoffen natürlich, dass du uns auch Glück bringst in dem Moment. Und jetzt Hartmut, jetzt kommen wir zum absoluten Hauptpreis für die 30 fast unbezahlbaren Preise 2017-18. Es geht um eine Dauerkarte für drei Jahre kostenfrei. Das ist ja wirklich ein ordentlicher Preis. Das ist ja unglaublich, ja. Das ist ja schon Goldschmuck, würde ich sagen. Nicht schlecht. Das ist eine spannende Frage, wen ich hier aus dem Töpfchen ziehe. Da musst du auch gut durchmischen. Nur ein Los, bitte. Genau, und ich hoffe, dass mir alle anderen nicht böse sind. Es kann ja nur einer gewinnen. Gewonnen hat Frank Meuschke. Frank Meuschke, herzlichen Glückwunsch. Warum lese ich vor? Weil du deine Brille nicht dabei hast. Frank Meuschke, herzlichen Glückwunsch. Du hast die Dauerkarte für drei Jahre gewonnen. Und wir freuen uns mit dir. Und Hartmut, du wirst in der kommenden Saison auch dabei sein. Bei jedem Heimspiel, oder? Ja, wenn die Gesundheit das zulässt, auf jeden Fall. Ja, und ich hoffe, dass ich das auch drei Jahre wie Frank jetzt durchhalte. Und dass wir da auch viele Siege erleben dürfen. Und vielleicht auch wieder mal den Pott. Das wäre natürlich, wie hast du es so schön gesagt, das absolute I-Töpfelchen. Vielleicht auch ein Herzchen auf dem I. Liebe Eisbärenfans, vielen Dank fürs Zuschauen und Mitfiebern bei der Verlosung der 30 fast unbezahlbaren Preise. Im nächsten Jahr, da bin ich mir ziemlich sicher, wird es die auch wieder zu Gewinnen geben. Und ein Tipp sei mir noch gestattet, wer noch gar keine Dauerkarte hat, bis zum 15. Mai könnt ihr als Neubesteller noch den Frühbucher-Rabatt einstreichen. Vielen Dank und wir sehen uns im August beim internationalen Sommerturnier. Hartmut, danke. Ich gratuliere allen Gewinnern und hoffe auf einen guten Sommer und einen guten Start in die neue Saison. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.